Das heißt, ich starte jetzt die Aufnahme. Ja, aber ich höre niemand anderes. Und ich sehe im Übrigen in dem Spiel, also, ich sehe interessanterweise nur so hexagonale Blöcke und nicht euch, also das Einzige, was ich sehe, ist Michi, aber von den anderen, also von mich und den Brut und die... Okay, ich lad das Spiel noch einmal und wir schauen, ob es ein Unterschied macht. Okay, und kann mir noch einmal jemand sagen, wie man das macht, also, wenn man sich 90 Grad dreht? Du hast oben, ganz oben rechts, hast du eine Gradangabe, die müsste bei 15 oder so bei dir momentan sein. Ja, genau. Also, die bricht dann auf 90. Genau. Habts gleich. Ja, danke. Hast du es jetzt besser, René? Nein. Vorhin habe ich sie gesehen, ich meine, ich sehe auch mich nicht, ich meine, wenn ich drüber fahre, sehe ich, wer sie ist, an und für sich stört es mich jetzt nicht unbedingt schlimm, aber... Okay. Es ist einfach... Für die Aufnahme auch nicht schön. Ja, wie schon gesagt, das schaute eh keiner. Nein. Okay, du hast recht. Wenn du ein Buch schreibst, das keiner liest, wirst du trotzdem, dass es ein gutes Buch ist. Nein. 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 Ähm. Okay. Wir sind ganz am Anfang einer Runde. Nein, sind wir nicht. Ich gebe jetzt zwei Leben dazu und mache eine Long Rest. Nein, da gibt es ja keine zwei Leben dazu. Die Long Rest machst du ganz am Schluss der Runde. Wenn du eine Long Rest machst... Nein, ich meine, halt, halt. Ich bin noch nicht in neuen Zugringern, das meine ich. Ich bin noch immer... Ich habe meinen alten Zug noch nicht abgeschlossen. Ganz offensichtlich, weil ich ja keine Handkarten habe. Naja, die hast du im folgenden Zug wahrscheinlich verbraucht. Ja. Schau dir die beiden obersten Karten mal an, die da aufliegen. Nein, das muss ich mir nicht anschauen. Ähm. Offensichtlich habe ich anscheinend noch weder eine Short noch eine Long Rest gemacht. Genau. Aber ich muss eine Rest machen, damit ich überhaupt in den Zug jetzt reingehen kann. Ja. Nein. Nein. Wenn du im nächsten Zug eine Long Rest machst, brauchst du jetzt keine Handkarten. Und das macht auch Sinn. Weil du hast bis jetzt zehn Karten verwendet. Neun Karten liegen am Discard Pfeil. Ja. Ich habe auch zehn verbraucht. Also wir haben fünf Runden verwendet bis jetzt. Ja. Und du stehst jetzt vor der Wahl, ob du noch am Ende der folgenden Runde eine Short Rest machst. Genau. Oder ob du jetzt in der Runde die kommt und eine Long Rest machst. Und du hast mir glaube ich empfohlen, ich soll eine Long Rest machen. Was ich ein bisschen komisch fand, weil ich da ganz vorne stehe. Das ist... Aber... Ich würde zwei Leben dazubringen, aber wahrscheinlich vier Leben verlieren. Also bringt es ja gar nichts, eine Long Rest jetzt zu machen. Außer, dass ich die Karte mir aussuchen kann, die ich verliere. Ja, du kriegst... Wer sagt, dass du nicht auch Leben verlierst, wenn du eine Short Rest machst? Ja. Du hast doch deine Lederrüstung, die du aktivieren kannst einmal. Ich weiß nicht, was sinnvoller ist. Na, was? Weshalb sollte ich eine Long Rest machen? Sag mir das. Du kriegst zwei Lebenspunkte zurück. Ich aber sowieso gleich wieder verliere. Ja, das ist einer der Vorteile. Du kannst dir die Karte aussuchen, die du verlierst. Das ist der einzige Vorteil. Und der dritte Vorteil, den hast du nicht wirklich, dass deine Gegenstände wieder aktiviert werden, weil deine Gegenstände sind alle aktiviert. Genau. Also mache ich ja eine Short Rest. Ja. Auf jeden Fall. Weil dann... Ja, dann machen wir das. Das mit dem Leben zählt für mich nicht. Dann such dir zufällig... Ich misch das. Ja, ja. Ich misch das mal. Aber ich bin nicht mehr umsichtbar. Da bin ich mal ziemlich sicher. Nein, nein, nein. Nicht auf 8 drücken, bitte. Erst eine Karte nehmen. Nein. Wenn ich eine Short Rest... Nein. Hör mir zu, André. Wenn die Karte, die du wählst, wenn du die nicht verlieren dienst, darfst er ein Leben verlieren und noch eine Karte ziehen. Aber wenn du die anderen Karten alle schon auf die Hand genommen hast, ist das schwierig. Okay. Deswegen ziehst du zuerst eine Karte... Und das ist die, die ich verliere. Genau. Und wenn das nicht die ist, die du verlieren willst, dann nimmst du die auf die Hand, verlierst ein Leben und ziehst noch eine Karte und verlierst dann die. Ja, die ist gut verliert. Ich frage euch um euren Rat, was ich machen sollte. Ich habe im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Ich stehe nämlich dahinten und ich könnte versuchen, diesen Token, den wir zurückgelassen haben, auch zu nehmen, aber schaffe ich diese Hunde nicht, weil ich nicht genug Bewegung habe mit meinen letzten beiden Karten. Das heißt, es wird relativ lang dauern und ich werde dann nach hinten. Oder ich lasse ihn liegen und gehe mal mit mit uns in den nächsten Raum hinein. Also, ich bleib da, wo ich bin jetzt wahrscheinlich stehen. Was ich machen könnte, ist mich Richtung Token bewegen und mit meinen Dipper starten, dass ich dann langsam an euch vorbei in den nächsten Raum hinein, der direkt und tanken wird. Aber nicht gleich, sondern erst in zwei, drei Runden. Oder... Naja, vielleicht sogar auch gleich, also nächste Runde, wenn wir uns zurückfallen lassen sollten. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Ja, ich weiß nicht. Also, ich würde ganz gerne dort stehen bleiben, wo ich bin. Ich kann entweder zwei Angriffe machen oder einen Angriff und einmal heilen. Die zwei Angriffe sind jetzt nicht so großartig, aber wenn ich Magie kriege, dann ist der eine zumindest ganz okay. Damit kann ich den Schamanen schon ein bisschen einheizen, wie viele Lebenspunkte hat der Schamane. Der hat, glaube ich, nicht so viele, oder? Der hat ganz wenig, aber der hat drei Schild. Ah, okay. Die drei Schild schlucken alle möglichen Sachen, oder? Genau, ne? Naja, das ist natürlich blöd. Ähm... Ah, kann jemand Feuermagie machen? Dann könnte ich ihm eine Wunde machen. Jetzt nicht. Echt denn? Nee. Naja, das ist doch blöd. So... Da... Michi, bist du da? Ja, ja, ich bin da. Ah, okay. Die Schamane haben auch weniger Lebenspunkte, oder? Da ist noch ein Scout, der ist schon längst tot. Da ist der Schamane und da ist der Scout. Du, Hadna? Mhm. Also, der Schamane hat ja ein Shield. Mhm. Wenn ich zwei Angriffskarten spiele... Was ist das Ding, was der Scout da oben hat? Diese... Ich stelle mal eine Frage. Eine Wunde. Das ist eine Wunde? Ich glaube, oder? Na. Was meinst du? Oh nein, das ist... Das ist das. Was ist das? Ich weiß auch nicht. Ah, Stundersatz. Das bedeutet... So, Hadna. Er kann nicht angreifen und er kann sich nicht bewegen. Okay. Also, oder egal wer. Ich... Der Schamane hat Schild 3. Mhm. Wenn ich jetzt zwei Angriffskarten spiele, dann muss ich jeden Angriff einzeln machen. Oder kann ich die Angriffe zusammenzählen? Nein. Jeder eins von. Okay. Das ist nicht gut. Naja, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du bei einem Plus 2 kriegst. Er hat Schild 3. Weißt du? Ja, wenn du Plus 2 auf den Angriff kriegst. Ich weiß ja nicht, wie wenig Schaden du machst, aber wenn du zwei Schaden machst, machst du nur immer mit einem Plus 2 einen Punkt Schaden. Ähm. Na, ich habe eine Karte mit... Und er hat recht wenig Lebenspunkte. Man muss ihn halt oft treffen. Man macht halt nur einen Schaden oder zwei. Aber wenn du einen Schaden machst, dann muss man ihn auch nur dreimal treffen. Okay. Ich werde im Hintergrund übrigens bleiben jetzt. Und meinen Peacall starten. Weil er sich langsam in Richtung der nächsten Runde geht. Mhm. In der nächsten Runde. Michi, was willst du machen eigentlich? Wir sind da ziemlich im Weg, glaube ich, oder? Überleg noch. Ich will die Karte machen. Ich meine, was ich natürlich auch machen könnte, wäre einer von den Angriffen mit der Volatile Bomb machen, aber die macht keinen Zusatzschaden, oder? Wie viel Schaden? Nein. Die macht nur mehr Schaden. Die macht nur mehr Leuten Schaden. Ja, nein. Das ist dann drauf. Wenn ich so schwachen Schaden mache, ist das irgendwie nicht gut. Also ich... Ich könnte warten, bis das Erdelementar da vorne ist und dahinter steht. Dann kann man mich tatsächlich 3 treffen. Ich werde jetzt sehr langsam vorgehen in den nächsten Runden. Weil ich werde nächste Runde eine Longrest machen und ich werde hinten bleiben und in diesem Token nicht langsam hinbewegen. Also ein schnelles Vorrücken in den Raum könnte ich nicht unterstützen momentan in den nächsten Zügen. Ja. 0 Dreierger. Ja, ich glaube der Scout ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Der Scout macht diese Runde nicht. Er macht nichts diese Runde und er hat auch relativ wenig. Er ist auch schlecht nicht. Ah, der Schamane ist noch da. Warte mal, der Schamane ist das größere Problem. Der Schamane ist das größere Problem. Ah, Schild. Ah, welchen hat der? Ja. Wenn man durch ein Schild durchkommt, ist er schnell weg. Ich fasse meine Karte aus, er ist nicht angekommen. Ich habe eine PS-Karte. Die ist super gegen den Schamane. Mhm. Ich verwende sie jetzt. Was ist mit PS? PS geht durch. Geht durch die Rüstung, nehme ich mal an. Ja, genau. So viele PS dabei ist, wird Rüstung ignoriert. Ja, wenn du eine PS-Karte hast, ist er wahrscheinlich nicht tot, weil der hat ja nur 3 Lebenspunkte. Ich weiß, aber so viel Schaden macht die PS-Karte nicht. Ja, schauen wir mal. Wie schon gesagt, ich kann, wenn es sein muss, zwei Angriffe die Runde machen. Die machen zwar auch praktisch keinen Schaden, aber im schlimmsten Fall kann man einen. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ein Long-Rest wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, weil du ja auch Warding-Strength auslegen hast und du ein Schild bekommst. Deswegen hätte die Long-Rest und das Tanken, irgendjemand müsste sowieso tanken jetzt, hätte nicht viel ausgemacht, vor allem weil eh nur der Schamane das einzige angreifen wird. Der Scout ist Stunt und der Dämon wird nicht in Reich. Ja, dann mache ich meinetwegen und dann mache ich jetzt eine Long-Rest. Aber was macht ihr dann? Also ich habe zwei Angriffe, die über dich drüber schießen. Beziehungsweise, je nachdem, entscheide ich dann, wie das ausschaut. Wenn Magie da ist, kann es sein, dass ich auch heile. Also für René ist das kein Problem. Ich weiß nicht, ob der Michi was Sinnvolles machen kann, wie er damit vorstellst. Am ehesten ist es der Michi, der... Ja, jede Menge Leute brauchen eine Heilung. Wir haben vier Leben. Wir haben... Also ich brauche vier. Ich meine, es kann sein, wenn ich nicht zweimal angreife, dann würde ich mich selbst heilen. Dann brauche ich keine Heilung. Aber... Beziehungsweise, ich könnte auch jemanden heilen, der im Nachbarfeld ist. Warte mal, wer braucht noch eine Heilung? Im schlimmsten Fall könntest du mich heilen und ich heile den Andi. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, der Andi kann Schaden kriegen und muss dann aufgeheilt werden. Ich... ich kriege jetzt Schaden, weil ich mache jetzt eine Long Quest. Auf allgemeine Empfehlung. Okay. Wann kriege ich eigentlich meine zwei... Ich weiß nicht, wie viel Schaden macht denn der Schamane eigentlich? Der macht ja gerne zu viel Schaden. Nein, nicht so viel, aber der hat, glaube ich, gefährliche Karten dabei. Der hat vor allem Range. Das heißt, der würde wahrscheinlich ein Stück zurück gehen. Andi, du musst dann noch eine von den Karten, die du aufhandnimmst, musst du trotzdem dann verlieren. Ja, dann würde ich eh genau die verlieren, die ich glaube. Genau die ist es die. Dann hast du mal ein Glück gehabt. Nein, aber dann mache ich jetzt wirklich eine Short Rest, weil das ist zwar die Karte, die ich sowieso weggelegt hätte. Naja, du kriegst zwei Leben dazu und würdest eh nicht viel machen und vor allem, nachdem wir scheinbar ähnlich spielen würden. Doch, ich würde das machen. Es hat einen Vorteil an der Long Rest. Ich mache einen Pierce auf den... Ja, sag. Dass du länger durchhältst im Spiel, weil eine Long Rest dauert einen ganzen Zug. Also wenn die hinter dir inzwischen was Sinnvolles machen können und du trotzdem tanken kannst, verlängerst du quasi dein Leben, bevor du exhausted bist. Okay. Also ihr könnt etwas Sinnvolles machen. Ich mache eine Long Rest. Und mir wäre es wie gesagt recht, weil ich für alles, was ich dahinten mache, recht lange brauche. Okay. Also Frau Deutsch, wir haben den Pierce die Runde nicht. Nein, nein. Wann gehe ich eigentlich die zwei Leben dazu von meiner Long Rest? Am Ende der Runde erst? Ja. 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 Kurze Frage noch. Kann ich mich durch Gegner durchbewegen? Nein, gell? Nein. Ja. Durch Verbündete schon. Außer durch eine Karte, die das erlaubt. Durch Verbündete schon. Und ihr müsst es bedenken, der Schamane wird sich wahrscheinlich einen Schritt nach rückwärts bewegen. Weil der hat dann Fernkampfangriff. Ja. Das heißt, du könntest dich möglicherweise hier auf dieses, warte mal, wie geht das so? Hier auf dieses Feld hin bewegen, wenn du relativ spät dran bist. Oder wenn du nach dem Schamanen dran bist. Ich überleg grad, ob ich meine Karten umgelegen. Warum ist jetzt eigentlich das Spielfeld heller geworden? Oder kommt anders von sich vor? Ja, nein, das ist passiert. Das weiß ich auch nicht, mir ist es auch vorgekommen. Das letzte Woche auch gewesen. War das der Hintergrund? Ja, das war der Hintergrund. Warte mal, wie haben wir denn heute der Hintergrund? Das ist furchtbar. Boah, danke. Nein, nicht wieder in der Kirche. Das passt schon, das ist gemütlich. Die Augen. Was haben wir davor gehabt eigentlich? Eine Wiese. Nein, die Straße in Polen. Nein, 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 nein. Gerade vorhin hatten wir eine... Achso, ja. Achso. Das vor der Wiese meinst du. Ja. Die Wiese hab ich nicht mitbekommen. Ich möchte mit meinem Angriff eigentlich noch warten eine Runde. Das heißt, ich werde mich auf Heim spezialisieren. Du kannst dich ja selber heimlichen. Ja. Schauen wir mal an die anderen dorthin. Stimmt. Du bist ja ein bisschen marod gerade. Ja, sehe ich gerade auch. Aber vergiftet bist du nicht, gell? Das ist einer von uns gerade vergiftet. Nein. Gut, ich hört mich. Ja, das ist eine gute Idee, Hartmann. Eine sehr gute Idee. Warte mal, 10 Leben hab ich normalerweise, gell? Ja. Okay. Das wird sich gut. Ja. 10. Ja, das wird sich gut. Na, warte mal, warte. Der bewegt sich, das ist das erste Element, weil. Das wissen wir nicht, wann er sich bewegt, aber er wird sich wahrscheinlich bewegen, ja. Wahrscheinlich 4. Grundsätzlich Bewegung 2 hat er normalerweise. Das ist ein Standardwert. Ah, 4, oder? Also, 2. Ah, okay, gut. Ja, 4 ist ein anderes Wert. Also, dann hebe ich mir das noch auf. Vielleicht könnte ihn zum Beispiel auch mal stoppen, dass er einfach dort gepinnt ist, wo er ist. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht so schlecht, nur er ist ja eh noch weiter. Aber irgendwann ist er Nahkampfreich weiter und ich verdammt jetzt weh. Okay. So. Die Plattefunktion helfe ich mir auch. Ich weiß schon nicht mehr, wie ich ausgespielt hab jetzt. Aber Retaliant 2 ist auch ganz nett eigentlich, oder? Das ist gegen einen Schamaninen haben wir natürlich. Aber dann müsste er auch in seinem Fokus sein. Ah. Das ist schon klar. Kann er durch uns durch? Nein. Nein, gegen den Schamaninen ist es doof. Der hat Fernkampfangriff, da bringt das Retaliant nichts. Das stimmt, ja. Ja. Wenn er direkt daneben steht dann schon. Ja, wenn er direkt daneben steht. Aber er kann sich bewegen. Aber er kann sich bewegen. Okay. Gut. Ähm. Ja, dann haue ich es einmal. Jetzt bleiben wir ein bisschen fixier. Boah. Bis jetzt war meine Woche richtig anstrengend. Ich bin gestern wieder Dings. Ich war gestern zum ersten Mal seit langem wieder Rad fahren. Jetzt war es noch nicht mehr zu kalt. Oh. Vielleicht wüsstest du ein Rad hast. Hm? Okay. Vielleicht wüsstest du ein Rad hast. Okay, decken wir auf. Meine Initiative ist... Ach so, warte mal, links war das gar. Ja. Tatsächlich ist... Alles ist 99. Wenn er 36 und jetzt 46. Wir decken auf für den... Schamanen, deck ich auch. Werden wir nicht durch so ganz ist. Wahnsinn. Du hast deine Karte. Schamane fangt mit 08 an. Ohoho. Da wird ein paar... Hey. Das ist nett was er macht. Das gefällt mir. Was macht er denn? Bewegen. Ande, die ist Armen. Der Ande, der eh nicht angreifen wird diese Runde. Die Long Rest war perfekt, Ande. Und der... Scott... Perfekt, ja. Der wird... Ist zwar Stunt. Der würde die Lustigsten Dinge machen, wenn er nicht Stunt wäre. Na warte, warte. Heißt das, ich kann nächste Runde wieder angreifen? Oder? Ja. Nichts, oder? Doch. So, und der Erddemon bewegt sich recht schnell. Okay. Er hat 3 Fälle. Es fängt mit 08 der Schamane an. Der bewegt sich plus 0. Das heißt, der wird sich um 1 weg bewegen. Aber wie soll er disarmen, wenn er... Achso. Der disarmt mit seinem Fernkampfangriff. Genau. Sein Fokus ist der Ande. Und er bewegt sich ein Feld zurück, damit er einen guten Angriff auf den Ande hat. Er ist, glaub ich, komplett wurscht, welches von den beiden Feldern wir nehmen. Wenn ich würfel wieder. Ich weiß nicht, ob es so wurscht ist. Nein, das ist wirklich das untere. Nein, wurscht ist es nicht wegen Line of Sight. Ja, das stimmt, ja. Jetzt macht er einen Angriff mit minus 1. Er hat Angriffswert. 3. Minus 1. Er greift mit Angriff 1 den Ande an. So, warte. Ich hab einen ganzen Stapel genommen. Zwei Schaden. Zwei Schaden sind plus 1. Zwei Schaden. Zwei Schaden. Und du kriegst hypothetisch. Den brauchen wir nicht. Nein, er hat ein Schild aktiviert. Stopp. Ja, stimmt. Ich krieg mal ein Schaden und es geht noch eins weiter. Genau. Und bekommst du eine Erfahrung. Nein, du kriegst keine Erfahrung. Nein, ich krieg dich nicht. So, das ist doch ein Feld, alles erfahren. Ja, aber erst wenn ich wegziehe, kriege ich es. Genau, es zählt immer das, von dem er wegzieht. Okay. So, und du kriegst hypothetisch ein Disarm. Wie lange geht das Disarm? Bis du dran warst. Bis du dran warst. Aber der nächste Zug ist eine Long Race, deswegen legen wir es gar nicht erst hin. Okay. Das war sehr gut. Wow. Ja. Haben wir zugehört. So, das nächste Monster ist mit 42 der Erddämon, aber ich glaub da ist vorher der René. Ja, ich bin vorher dran. Mit 36. Ja. Dann mach mal. Ach, warte mal, jetzt hab ich das da genommen? Nein, das wollte ich gar nicht. Ich bin so ein Idiot. Ja, hab ich gehabt. Ja, die Wunder wär schön gewesen, aber wir hätten eh kein Feuer zusammengebracht. Nein, nein, ich kann vor allem auch keins machen. Ja, deswegen ist das jetzt gewusst. Hm, ich überlege gerade. Warte, Ande, Ande, du bist abgehakt, irgendwas stimmt bei dir nicht. Warte ich nicht. Warte ich nicht. Ande? Ich hab den... Flamestrike? Nein, Ande, irgendwas stimmt bei dir nicht. Okay. Gibt gewisse Zeiten, dass du nicht so viel der Spiel ist, wenn du gehackst. Ich hör aber auch den Michi schlecht. Nein, ich hör den Michi auch schlecht. Ich hör gerade nur den René gut, sonst niemanden. Ja, ich hör auch gut. Ja, aber der Michi und der Ande sind bei mir jetzt komplett abgehakt. Mhm. René, den hörst du gut. Ich hör dich gut. Vielleicht solltest du ja beide noch mal... Nein, nein, nein. Probier jetzt noch mal in TeamSpeak neu einzusteigen. Würde ich vorschlagen. User disconnected from your channel. Drecklich so. User disconnected from your channel. Ja. Also ich hör den... Ich hör den Flamestrike auf den... ähm... auf den... Scout machen. Ja, glaub ich. Und mich selbst heilen um 3. Ja, dann mach das mal. Ja, also die Heilung 3 mach ich gleich einmal. Upsi, jetzt bin ich weg vom Tisch grad. Und... ähm... Flamestrike macht 3 Schaden, oder? Ja. 3 Angriff. 3 Angriff. Das heißt... Drei Punkte Schaden für den Dings. Ich glaub da ist er tot, oder? User was moved to your channel. Geht's jetzt besser? Hörst du mich gut? Jetzt hören wir dich an. Okay. So. So, wenn der mich nicht da ist. Habe eben so Zeit. Ich habe eine Karte, die habe ich vorher nicht richtig erkannt. Aber jetzt erkenne ich sie. Und zwar... Das kann ich dein Partner im Übrigen. Doch, das sind schon welche gestorben. Äh, ja schon, aber die haben letzte Runde doch gelootet. Gelootet? Discouts. Ähm... Nein, das war vorletzte Runde. Und das dürfte letzte Runde entstanden sein. Bin mir ziemlich sicher. Okay. Also... Ich habe eine Karte, die macht, dass ich bei den nächsten 3 Quellen von Schaden keinen Schaden bekomme. Ja. Ich wollte das nur sagen. Das ist ja die geile Karte. Da kann ich nicht an den Erddämon ran machen. Ja. Den schaffe ich dann sogar alleine damit. User joined your channel. Das war jetzt sowas sehr komisch. Ja, jetzt hört man dich wieder mischen. Ja, ähm... Ich habe mich nicht mehr connectet dann. Also... Es war wirklich irgendwas mit der Internetverbindung. Bei mir war das genau dasselbe. Ich habe einfach das IntimSpeak neu gestartet, das Ganze. Dann ging's. Nein, ich nicht. Ich habe nur die Verbindung getrennt. Ich wollte mich jetzt kurz wieder connecten. Ging nicht. War der Server nicht erreichbar. Aber... Vielleicht war es auch ein Serverproblem. Ah, jetzt wird es funktioniert. Ganz kurz. Er hat einen Zug gemacht. Ähm, der hat den Wörmling Scout gekiehlt mit einem Angriff. Und hat sich selber um 3 geheilt. Und hier liegen jetzt 2 Münzen. Begierige. Andere. Okay. Ja, ja. Leider könnt ihr euch durch mich doch bewegen. Ja, okay. So. Das Rennen ist... The race is on. Mal schauen wer's kriegt. So. War's damit. Ähm, es ist der Schamano dran. Mit 46. Nein, der Schamano war schon dran. Der... Er ist... Er... Er hat ja momentan schon wieder... Mit 46. Mit 42. Mit 42. Okay. Ähm... Er bewegt sich um... Oh ja, der bewegt sich da hier. 2 plus 1 Felder. Da wird er sich hier bewegen. Also 3 Felder. Ja. Ja. Das ist das Feld... Bei der Ande ist im Fokus. So. Da steht er jetzt. Dann macht er einen Angriff plus 1, aber er hat niemanden Angriffsreichweite. Und sein Angriff zerfällt. Und das war der Schamano, der mich ist. Oh ja, das freut uns fast. Okay. Super. Heißt... Ich werd mich... Selber heilen. Mit der rechten Karte. Mit Rumbling Advance. Mhm. Du machst... Erd-Energie. Du machst... Erd-Energie. Heilen mich um 4. War das eine kleine Frage. Und ich bewege mich... Mit Opposing Strike. Einfach nur ein Feld nach vorne. Hinter... René. Nein. Ande. Nein. René. Passt eh. Was... Was stöhnst du jetzt wieder herum? Naja, da wollte ich grad meinen ähm... Decoy reinbeschweren in dieses Feld. Nein, das willst du nicht. Wozu braucht man einen Decoy? Damit er einen Schaden tankt. Okay. Kann der Decoy eigentlich Pflanzen aufbauen... Aufnehmen? Natürlich nicht. Wieso nicht? Er geht hin und nimmt das Zeug mit. Da bewegt sich hier ein Monster. Der ist ein... Der ist ja überhaupt noch... Okay. Nein, Ande. Dann mach ich's anders. Ist kein Problem. Wenn du's zu machen wirst, ist es natürlich besser, wenn wir selber was Sinnvolles machen. Ich hätt's halt das Feld sogar nützt, aber... was so ist. Ja. Ah, Pflanzi. Pflanzi Energie. Pflanzi Energie. Hast du dich schon fertig... Kann ein Erd... Nein. Kann ein Erd-Elemental... Ähm... Wie Samen? Ähm... Ja. Der Regen-Technisch schon. Das ist aber schön. Das heißt, glaub ich, dass er halt irgendwie jetzt grad nicht angreifen kann. Ich bin mit 74 als nächster dran. Ähm... Ich muss das ein bisschen anders machen. Ich könnte... Ich könnte's anders machen, ja. Ich werde Potent Potables auslegen. Das wollte ich zwar jetzt nicht, aber das werde ich machen. Ich werde meine Heilungen in Verstärkung kommen. Vor allem, nachdem wir momentan alle nicht vergiftet sind. Und ich werde die Unterhälfte von Hummels Contraption, um mich um zwei zu bewegen. Und zwar... Hierher. Weil nächste Runde... Ich komme jetzt nicht hierher, aber nächste Runde... Übernächste Runde habe ich meine Karten wieder. Habe ich Movement 4, dann komme ich da hin. Das heißt, da kann ich gleich einen Loot zu öffnen, wenn ich sonst nicht ziehe. Ja, ja. Hartmann ist okay. Der Andi wird sich das merken. Genau. Ich hab's registriert. Du spielst sicher einen Loot 1, bevor du da rüber gehst. Nein. Ich bin mir sicher. Das hätte ich jetzt gespielt, wenn ich es gab. Würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall machen. Okay. Die Runde ist abgeschlossen. Da liegt noch eine Karte von mir. Nein, ist noch nicht abgeschlossen. Ah nein, richtig. Du hast recht, der Schamanik. Ich krieg zwei Leben. Nein, der Schamanik kommt noch dran. Der Schamanik war schon dran. Ach so, entschuldige. Ich krieg zwei Leben. Ja. Hast du jemanden, wird zurückgemischt? Was? Was für zurückgemischt? Das Deck wird gemischt. Ja, das Deck wird gemischt. Ja, ich mach das mal. Du hast schon elf Leben. Wie geil ist denn das? Ja, bei der Level 2. Level 10, also Level 2. Zwölf Leben. Unbelievable. Du hast auch zwölf, sobald du deine Ein-Erfahrungs-Büten oder was du noch gebraucht hast. Das war typisch. Du hast dein Longer fertig gemacht, oder? Die Erdenergie geht aus Waning. Und jetzt ist die Runde abgeschlossen. Partner, ich brauche ... Ich kann das nicht erkennen haben. Deine Karte, die ich jetzt spiegeln könnte. Mit einer Energie, aber ich kann die Energie nicht erkennen. Kannst du mal schauen? Ich bin der Farbenblut, finde ich. Aber ... Ich glaube, das ist Luft. Ja, man sieht das nicht. Nein, nein, weil sie ist Luft. Von der Farbe her muss es nicht sein. Okay. Schau doch mal die ... Die Steine an. Warte mal, das ... Ich kann dann die ... Farbe ... Ja, danke. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist besser. Besser. Jetzt erkenne ich auch, dass es Luft ist. Es war einfach übersteuert vorher. Ja. Die Hintergründe dürfen unterschiedliche ... Nein! Ich weiß schon, was der Grund ist. Ich habe letztens die Helligkeit angepasst an die Straße in Polen, und die war sehr dunkel. Und die anderen Hintergründe sind heller. Und dadurch, da der Hintergrund heller ist, und dann ich Helligkeit noch heller eingestellt habe, kam das dann zustande. Okay. Ich habe Luft auch nicht erkannt, weil ein weißes Feld ... Ja. Ich mache jetzt eine Long Rest übrigens. Ja, okay. Ich nicht. Also, ihr braucht jetzt auf mich nicht warten mit den Karten. Warte noch nicht. Das ist jetzt nicht leicht zu entscheiden, was jetzt passieren soll. Ja, ihr müsst schauen, dass ihr den Schamanan durch den Schild durchkommt. Ja, aber der Erddemon ist auch da. Ja, da wird jetzt jemanden angreifen. Ja, da wird jetzt jemanden angreifen. Bist du sicher? Inwiefern? Nein. Nein. Wissen wir nicht, ja. Aber ist es damit zu rechnen? Vielleicht war er zu stunnen? Vielleicht war er zu tun? Vielleicht war er zu tun, dass er es machen wird, ja. Vielleicht war er zu stunnen? Dann hat er mich über den, 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 äh, stunnen. Ich habe gefragt, dass er ihn stunnen will. Das implizierst du gerade. Hm. Oh, das ist nett. Da spielen wir aus. Das ist nett. So. Ja, ne, ich habe dir nicht erzählt. Ich spiele einen Spell, wie ich mit dem André zu zweit gespielt habe. Mhm. Und ich müsste irgendwann bei Zeiten erzählen, was mir am Dienstag passiert ist. Weil ich habe gar nicht erzählt, während du mich hier leckst. Na, ich habe eigentlich eine Spell dran. Ist das Einzige, was... Ja, ich... Doch, ich spiele das aus. Hast du denn schon? Hast du denn schon? Will ich noch... Doch, nett. Du bist sicher ein Fenster bewegen. Ja. Du bewegst die Lenktheitsentworte. Ja, der wird was machen soll. Wenn ich Push, äh, äh, jemanden abschieße. Ich kann nicht überhaupt das erste E-Mann von der Affairne angreifen? Ja. Doch, ja. Geht. Wenn man einen Fernkampf angefasst, Line auf Seite ist okay. Ja. Push würde aber gehen. In welche Richtung? Immer von dir weg. Ja, dann... Einfach zwei, äh, wohin noch jemand da. Aber es wird funktionieren. Wenn du Push dabei hast, dann wird es gehen. Und wenn du ihn erreichst mit einem Angriff. Wenn der Fernkampf angreift und Push ist, aber was... Hab ich noch nicht. Hab ich mich gespannt. Ja. Was du alles hast für Sachen. Ja. Selbst überrascht. Einzige ist, ich weiß noch was ist... Ah, okay, die hebe ich mir eh noch auf. Und die will ich noch haben. Ich... Versuchen irgendwie schneller dran zu kommen. Und das ist mein Problem, Gott. Aber... Ich... Poker jetzt ein bisschen. Linke Karte gilt ja. Ja. Passt du? Rene... Doch, der Rene hat auch schon. Der andere hat nicht nichts. Ich war aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich das tun will, was ich tue. Aber ich tue es halt einfach. Oder warte mal. Warte mal, warte mal. Ich hab's noch nicht. Mach das anders? Mach das anders? Ich muss auch was anderes machen. Oder? Nein. Doch. Das passt. Ah. Das ist genial. Das ist genial. So mach ich das. Und? Ich glaub wir haben alle ausliegen, oder? Mhm. Warte mal, warte mal.